hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft atlantis wir waren stehen geblieben oder ich war stehen geblieben bei der straße ja genau ich hatte ja aufgehört weil ich so ein komisches kratzen im hals hatte ich weiß auch gar nicht wie lange die folge geworden ist ja wir wollten oder ich wollte da hinten rüber dann wollen wir das mal eben machen da muss das hier glaube ich ja das müssen wir hier ein bisschen weghauen erst mal ziehen wir das hier rüber schnur ist schnacks gerade erst mal das hier schon weg mal gucken warte ich habe gerade eine idee und zwar welchen ich weiß gar nicht mehr welchen rand wir verwendet haben für unseren sträßchen hier das haben wir verwendet warte mal da muss ich mal eben noch mal gucken was haben wir denn da ach da ist es ja zumal weg die stufen die brauchen wir sowieso nicht im moment also können wir das weg tun das war der rand wenn wir doch schon mal einmal hier sind dann da ist der eckpunkt da machen wir uns mal eben hier was hin damit ich das nicht vergesse dass hier auch noch straße kommt straße oder so wie auch immer man das jetzt möchte gut das habe ich jetzt so oft gesagt ich sage jetzt ein bisschen gar nichts mehr dazu nein ich wollte auch gar nicht runter alles schön weg das kommt auch weg glaube ich ja ja jetzt habe ich das licht ausgemacht na super oh das muss auch mal weg ich habe schon gedacht irgendwas hast du auch vergessen so das hätte ich gar nicht weg machen müssen na egal okay wir machen jetzt hier und weiter kopf am besten noch hier was sind ja ich war gerade ich habe vorhin pause gemacht ich hoffe das stört euch jetzt nicht dass ich einfach hier bin verwirrt ja waren gerade hier wilde diskussionen so wir machen hier wieder ein schönes kreuz alles weg dann stimmt mich das nicht wir machen hier ein schönes kreuz hin damit ich wieder mal nicht vergesse was wir da machen wollen ja okay okay lieber nicht m m das darf man schön da 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 müßt man mal ein ganzes Stück probiert, ob und wie es Minecraft 2 geben wird, weil es gibt ja nur Updates und all solche Sachen, da kann man auch wirklich sehr schöne neue Sachen machen, hier das Großalbum Redstone Update, ich glaube das war, ja lasst mich nicht lügen, ich glaube 152, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall kamen da die Trichter und ja, was könnte man überhaupt was Neues machen bei Minecraft 2, wenn es dann überhaupt sowas geben wird? Also, ich habe immer irgendwie gedacht, man könnte Minecraft nicht so kantig machen, aber irgendwie ist das ja der Stil von Minecraft, boah, ist das hier viel, meine Fresse, das ist ja schon das Stil von Minecraft, so hier alles eckig, und ja, ja, jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt habe ich das total vergessen. Oh Mann, okay, da hinten, dann fangen wir mal hier an, das war, ziehe ich schon mal hier was rüber, okay, das kann ich dann so lange weg machen, okay, okay, wo haben wir denn, ah, da hinten haben wir unsere Strecke, die habe ich jetzt total aus gotter Augen verloren, ziehe ich mal eben hier was hoch, damit ich das nicht übersehen kann, oh, ja, das sollte man auf jeden Fall nicht übersehen können. Okay, gut, dann hier rüber, dann hier rüber, okay, dann ziehen wir das jetzt da schön rüber, die Straße, und dann werden wir noch ein paar andere Straßen hier so machen, was von den Gebäude, warte mal, zoomen wir mal dran, das Gebäude, da hinten geht auch noch eine Treppe runter, da werden wir auch noch ein Stück Straße rüberziehen. Und dann könnten wir rein theoretisch weitermachen, was unser Tempelchen angeht. Äh, äh? Jetzt, oh, äh, 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 okay, ist egal. Das kann man jetzt einfach so lassen. Ich hab jetzt keine Lust, den Sand rausholen. Oh, da ist unsere Straße. Tö, tö, tö. So, alles schön weg hier. Ähm. So, okay, alles schön. Uh, 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 Okay, runter. Da, 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 da. Tut, 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 tuch, tuch, tuch. Okay, das wäre jetzt geschafft. Wow, dass das so jetzt auf Anhieb passt, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, du kannst jetzt so das jetzt wieder weg. Dann müssen wir jetzt gleich nur noch unsere Straße verlegen. Man sieht natürlich wieder wahnsinnig viel. Oh, das muss noch hier schon weg. Okay, wir fangen am besten dahinten an. Mal gucken, ich habe mir überlegt, wenn ich, ja ich habe mir wieder was überlegt, wenn ich fertig bin mit Atlantis, was wahrscheinlich noch verdammt, verdammt, verdammt lange dauern wird. Mal schauen. Ja, verdammt lange nicht. Mal gucken, wie viel noch auf mich zukommen wird, wie lange ich dieses Projekt noch ziehen werde, mal schauen. Aber wenn es denn mal fertig ist, dann mache ich auf jeden Fall kein normales Minecraft. Einfach so, also so wie der Momo das macht, sondern dann werde ich entweder Inka-Städte bauen. Ähm, ja, ich habe mir auch noch überlegt, so zwischendurch mal so einfach mal irgendwas Modernes zu bauen. Und ich wollte sogar noch ein Glaspalast hier in Atlantis bauen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das passt. Ich glaube, sowas haben die zu der Antike noch gar nicht gemacht. Aber ist ja ein modernes, ähm, Minecraft Atlantis. Und dann in die Ecke, bitte. Wupp. Ey, wieso drückt der mich eigentlich immer hier runter? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Das ist super, oder? Doch, es erinnert mich auch ein bisschen an Luigi. So, der, der Part jetzt, der erinnert mich an Luigi. Äh, an Luigis Menschen. Mit dem Staubsauger. Ich glaube, da ist auch irgendwie sowas da drin, dass das, äh, sich so, genau so anhört. Irgendwie so. Den, den, den. Wie viel, wie viel? Oh, oh, oh. Warte mal, das müssen wir uns jetzt mal von oben angucken. Wow. Oh. Den, 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 den. Okay. Oh, altes, ganz altes, bekanntes Lied. Den, den, den. Den, den, den. Den, den, den. Okay. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu schnell. Warte, wir machen es ein bisschen langsamer. Da haben wir für jeden was. Für die, die es schnell mögen und für die, die es langsam mögen. So, und jetzt wieder schnell. Äh, äh, äh. Okay, das mit dem Schnellen, da habe ich noch nicht ganz so drauf. Da bin ich viel besser in dem langsameren. Okay. Gut. Du, 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 du. Oh, ja. Ähm, oh. Jetzt bin ich mit der Hand gegen das Mikro gekommen. Sorry. Ähm, hm, hm, hm. Ich überlege. Oh, jetzt habe ich schon wieder M gemacht. Ja. Das ist gar nicht so mal so einfach. Ähm, oh, jetzt schon wieder. Ja, was ich mir gerade überlegt habe, ist, dass, dass diese Schräge, dass ich die gerne hier raus haben möchte. Äh. So, wir gucken jetzt mal, wie das aussieht, wenn man die Schräge weg macht. So. Das kommt hier schon weg. Okay. Ähm, dann bauen wir hier so eine Ecke ein. Oh, jetzt habe ich das da weg gemacht, obwohl eigentlich könnte das da bleiben. Nein, 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 nein. Ja, so ist es. Ja, wenn er denn will, der Stein. Ja, bist du ein braver Stein? Mhm. Okay, dann jetzt ziehen wir das hier rüber. Ba, 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 ba. Vier breit war das, ja. Dann machen wir das jetzt so. Und ich habe die Musik ein bisschen leiser gestellt als sonst. Ich habe sie sonst immer irgendwie auf 10. Ähm, jetzt haben wir sie immer auf 7. drücken. Weil teilweise spreche ich ja ein bisschen leiser. Ich weiß auch nicht wieso. Am Anfang spreche ich immer laut so. Jaaa. Und dann verfalle ich wieder ein bisschen leiser. Äh, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, dass wenn ich zu viel denke, dann spreche ich zu wenig. Und dann. Okay, so. Jetzt haben wir das da. Und dann. Und dann. Uh. Hm. Hm. Jaaa. Oh, ich habe eine bessere Idee. Das kommt jetzt wieder weg. Ah, jetzt habe ich das Ganze hier wild. Und zwar meine Idee ist, dass wir jetzt diese Straße hier bis da rüber ziehen. Da rüber. Und dann hätten wir das eigentlich so eine mega Abzweigung. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hä? Wieso kommt denn das jetzt schon wieder? Verwirrung. Das habe ich doch. Das hatten wir doch schon vorhin. Ich habe doch mehr Lieder als das da. Oder nicht? Ein theoretischer. Ja. Ja, mal schauen, was wir dann machen. Tschö.